Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Unterriesbach mit dem Barty und dem Tensuko, hallo. 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 Also ich glaube, wenn ich jetzt noch mal vorgewählte mache, bleibt nicht mehr viel übrig vom Feld. Dann zieh Bahn. Naja, ist egal. Wird mir wieder vorgehalten, ich mache es für die Vorgewende, weißt du? Was ja noch nie vorgekommen ist eigentlich. Ja, gar nicht. Ach. Aber den Tensuko hast du denn jetzt schon eine Lösung für mein Problem? Mein Problem? Leck mir noch mal auf die Sprünge. Äh, Kompostsäcke. Ach so, Kompostsäcke. Ähm, im Prinzip hast du genau die E-Kunden angesprochen, die mir in den Kopf kamen. Also es ist, es ist so für alle, für alle nicht eingeweihten, äh, auf der Hof Bergmann ist es ein bisschen, naja, sag mal so, ähm, du bekommst mehr Geld, wenn du eine Sache, in dem Fall Kompost, in kleine Säcke packst und in kleinen Säcken verkaufst. So. Jetzt ist aber das Problem, dass du kleine Säcke nicht automatisieren kannst. Und deswegen wäre die Frage gewesen, wie kann man denn die kleinen Säcke irgendwie mit CP so konfigurieren, dass die automatisch weggeschickt werden, damit der Trigger frei ist und vielleicht im besten Fall sogar noch verladen werden? Hm. Verladen wüsste ich halt nur die Option Autoloog. Dann ist eben nur die Frage, gibt es ein Anhänger oder Fahrzeug, was Autoloog hat, für diese Säcke? Und vielleicht sogar, ähm, ich sag mal so, ähm, ich mag mal das Ladevolumen, also das noch angezeigt wird, jetzt hat er zwei Säcke geladen, jetzt drei jetzt hier und irgendwann ist er halt bei 50 Säcken, hat 100 Prozent, dann könnte es sogar sein, dass man auch DAS automatisieren kann, wobei ich eben nicht weiß, ob wir den Autoloog-Modus an- und ausschalten können. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber zumindest wegtransportieren kann man die dann. Ja, also da ist die dann gekommen und, äh. Also ich hab dann spät nachts, nach dem Lade-Stream, hab ich noch Nachrichten bekommen von Leuten, die es versucht haben. Ja. Und die haben gesagt, es gibt wohl Mittel und Wege, ähm, am besten funktioniert es mit dem Förderband, was ich hinten wie die Strohballen habe, wenn du weißt, was ich meine. Diese, ähm, das hat Dennis, glaub ich, auch gesagt. Ja, genau. Ja. Es ist halt sehr, sehr steil. Wenn du dann die Säcke natürlich in so einen, sagen wir mal, einen Trailer oben reinfallen lässt, ja, also ich hab dann auch ein paar Minuten, also ein Video bekommen mit ein paar Minuten, da das Problem ist, teilweise ist es so, dass die Säcke dann runterkulern wieder, weißt du? Ein Förderband? Ja. Mhm. Deswegen, ah, ich bin noch nicht ganz sicher, wie das geht. Ich muss mal gucken, warum die runterfallen, also ist das, weil sie eher schief drauf landen? Dann müsstest du sowas haben, wie, ich sag mal, du hattest ja schon eine Idee gehabt, mit dem Frontlader war das, glaub ich, ne, ähm, die so runterzuschupfen, ob man da diese Ballenstrange nimmt, also den Greifer, dass du möglichst mittig runterschupfen kannst von dem Apfelgerät, das die auch gerade draufnimmt. Ich hab gestern noch eine crazy Idee gehabt, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich nehme mir einen Schwader aus dem Mod-Hub, einen Einkreiserschwader, hau den in den GE rein, baue alles ab, bis auf diese Stange, die sich dreht in der Mitte, stell die Stange hin, oder stell dieses Gerät praktisch als nackte Stange dahin, dass sich nur oben die Stange dreht und immer diesen Sack runterhaut, weißt du, was ich meine? Ja. Ich muss das gerade verarbeiten. Ja. Ja. Kann man bestimmt machen. Ich, ja, ich hab, war mir dann nicht sicher, ob ich, ähm, noch die Geschwindigkeit, die Drehgeschwindigkeit einstecken kann, weil das Ding geht ja prinzipiell sehr, sehr schnell, ne? Zu schnell. Ja, wenn da jetzt immer nur halbe Säcke sind, die runtergeschossen werden, das bringt auch nichts. Ja, das ist das Problem. Also es ist schon, muss ein bisschen durchdacht werden, das Ganze. Also ihr seht, es arbeitet. Ja, aber die Umsetzung, die Umsetzung. Das stimmt. Oh, ich hab vielleicht den Überleiter, den Schneidwachswagen, bisschen ungünstig geparkt. Hier laufen Leute mit Mistgabeln rum. Sonst haben sie auch die Fackeln dabei? Nö. Die Elektrofackeln, Batterie ist aus wegen Umwelt und so. Ach so, das wieder. Schädliche Investitionen und so. Boah, ich bin ja auch gerade von der schwierigen Entscheidung und ich weiß nicht, wie es angeht, ne? Oder wie es ausgeht. Ich weiß, dass ich an einem bestimmten Tag in Deutschland sein muss. Und jetzt in keiner Großstadt, sondern eher in einer kleineren Stadt. Und ich bin eigentlich gewollt, weil ich, es ist nur ein Tagesaufenthalt, bin eigentlich gewollt, mit der Bahn zu fahren. Ja. Das Problem ist, bei allen Sachen, die ich momentan buchen möchte, steht, sie können nicht garantieren, dass dieser Zug fährt. Ja, weil die GDL schon wieder am Überlegen ist, die nächsten Streiks zu machen. So, und jetzt sagst du mir mal bitte, wie ich jetzt planen soll. Schwierig. Ja. Einen Tag mehr. Das ist genau die Option, die nicht funktioniert. Ja. Und dann bleibt eigentlich nur das Auto übrig. Ja. Was ich eigentlich nicht möchte. Aber wenn du wirklich termingerecht jetzt in dieser Zeit ankommen musst. Ja. Also selbst da natürlich geraten, je nachdem, welche Strecke du fährst, wo du hin musst, das ist in der Zeit zu planen, weil, ne? Deutschland, Baustellen. Ich sag mal so, eine Stunde oder zwei mehr ist nicht das Problem. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Jungs, der Zug fährt heute nicht, ich komm morgen. Das geht nicht. Das ist halt dieses Problem, weil wie gesagt, die GDL, die planen schon wieder irgendwelche Streiks. Der Arbeitskampf ist immer noch da und das ist halt, ja. Ja, das ist natürlich als Benutzer oder Verbraucher, wie man es ja nennt, ist das halt Katastrophe, ne? Mich erwischt das ja auch jedes Mal, wenn die Kollegen streiken von der Bahn. Und da erwischt es mich ja genauso, weil ich bin ja genauso auf das Verkehrsmittel angewiesen, um zu meinen Zügen zu kommen. Hm. Ja. Sag da was, wenn du voll bist. Ich war nicht voll, ich war in der Nähe, hab die Bahn beendet, deswegen bin ich gleich hierher gefahren. Ach so. Ja. Kannst du nicht richtig im Axiom fahren. Kennst du noch vom Singleplayer, hilfst dir selber, weißt du? Ist richtig. Nee, ich hab gerade fix das, das Feld 41 eigentlich. Alles gut, wir haben gar keinen Stress. Ich muss sagen, es wird sich sehr ausspült. Oder? Es braucht Kalk, es braucht... Was man mir eigentlich ja drauf machen? Liebe, Zuneigung, Sonne und Wasser. Äh, Mais? Mais? Ach ja, stimmt ja, aber es lohnt sich. Aber der New Holland ist ja gerade mit der unterwegs. Das ist aber auch fertig sein. Der ist noch an Gruppen. Wo letzte Bahn und die letzte ist nur so ein kleines Stück. Naja, gut. Maler Streifen. Kalkstreuer? Äh, Kalkstreuer ist Düngerstreuer, ne? Also, der müsste auch irgendwo rumstehen. Den suche ich ja gerade. Ich glaube, er hat aber den Zuko gehalt oder nicht. Ich nach hier. Ach, nehmen wir den anderen Zungen später. Kein Schuppen. Meine Schwester ist aktuell im Urlaub. Also, meine Schwester ist mit meiner anderen Schwester mit meiner Mutter in Urlaub gefahren. Ans Meer. Italien. Und jetzt bekomme ich im 2-Stunden-Takt Bilder auf WhatsApp von Essen. Warum? Den Zuko suchtest du nicht Dünger? Sag nicht, du hast da gefunden. Das ist schwierig. Nicht da ist Dünger drin. Da ist Dünger drin. 4.329 Liter. Ja, gut. Den hätte ich aber erst aufgeladen. Das muss ich ja so oder so. Guck. Guck hin, kleiner Paderwan. Hey, Dünger. Hey, Geilo. Ja, Essen. WhatsApp. Katastrophe. Aber das Gute ist, es ist immer so irgendwas mit Fisch. Und ich mag eigentlich keinen Fisch. Oder ich mag generell nix irgendwie, was im Wasser rumschwimmt. Kommt auf den Fisch drauf an. Nee, also Fisch gar nicht. Also auf Fisch oder Tintenzeug oder das D-Stern oder... Ah! Nee, gar nix. Also auch kein so richtig schönes Krabbenbrötchen. Gar nix. Romulade so... Nein, 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 gar nix. Also wirklich nicht. Kann ich jetzt so verbinden. Ich mag das, was rumläuft, ja. Aber das, was irgendwie schwimmt, da... Oh, nee, oh, nee, nee. Auch schöne Seelachsfilet oder so. Ja, Lack. Bin ich nicht. Ab und zu mal Thunfisch. Getuned ein Fisch? Ja. Ab und zu mal so ein Thunfischsalat oder, keine Ahnung, mal... Irgendwie ein Salat, ja, ein grüner Salat mit ein bisschen Thunfisch. Das ist okay. Aber mehr ist es auch nicht. Mit Thunfisch kannst du mich zum Beispiel jagen. Den mag ich überhaupt nicht. Ja, es gibt auch nicht den Fisch, den ich favorisieren würde. Aber es ist auch... Ja? Also warum kein Fisch bald aus dem Wasser kommt oder wirklich gegessen und gemerkt, ob... Es schmeckt mir nicht. Also ich mag den Geschmack nicht. Okay. Ja, das ist... Also es ist nicht so, dass ich jetzt einmal daran gerochen hätte und gesagt habe, ist nix. Sondern ich habe es wirklich häufig und regelmäßig und auch verschiedene Sachen probiert und ich muss durch die Bank sagen, ist nicht mein Fall. Okay. Weil, also ja gerade, ich sage mal, gerade Lachs ist ja in wirklich den verschiedensten Arten, ne? Also klassisch geräuchert und auch dann Brot mit... Meine Freundin ist, da kommen wir gleich, ne? Also die kann morgens, kann die Lachs essen. Lachsbrötchen und irgendwie, keine Ahnung, auch abends Lachs... Gar kein Problem, aber nein. Ich kann... Nee, gar nicht, also nee. Ja, okay. Das Einzige, aber wie gesagt, Thunfisch, ja, das geht's. Aber das war's. Ja. Wo man mich mit jagen kann, ist zum Beispiel Rosenkohl. Oh, das liebe ich wiederum, ne? Rosenkohl, nee. Rosenkohl ist genau meins. Ich mag auch alle Arten von Bohnen, muss ich sagen. Ja, da bin ich mit dabei. Egal, ob die Weißen oder die Roten oder ganz egal, ne? Also was Gemüse angeht und so... Das ist komplett egal. Was auch geil ist, es gibt Wildschwein und Reh. Ah, ich weiß, da bin ich ganz komisch. Kornickel. Also, kein Wild, kein intensiver Käse und kein Fisch. Schöne Kokonzola-Sauce. Oh, hör auf, was? Das ist nicht meine Erteile. Den Zuko, willst du hier übernehmen mit Kalk oder was? Ähm, mir ist es egal, du. Also... Ich muss ja mal gucken, was der Chef treibt. 28% treibt, ja. Du treibst richtig doll. Hast du vorgewendet, Party? Äh, ja. Ja, was das. Dann machen wir doch mal das Baum. Warum macht es nicht mal schon wieder so, wie ich das möchte? Wir sind richtig ein Knopf drücken. Habe ich doch, nein, es ist, nee, Kalken tue ich jetzt selber, aber der Kouper, der hat wieder nicht alles erwischt. Hm. Habe ich schon vorgewendet, äh, scharf eingestellt, trotzdem wieder die kleine Ecke. Ja, die kleinen Ecken. Nee, 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 wenn ich da scharf einstelle, hat er das auch scharf zu machen. Genau, und zwar unterscharf. Voll scharf, ey. Voll scharf. Bei den Dingen habe ich Überlappung 10% und und die Breite habe ich auch nochmal 0,2 Meter runtergenommen. Und super scharf. Das fehlt noch scharf, genau. Und die nekos auch. Weißt du, was cool wäre, weißt du, was ein geiles Gimmick wäre, wenn du von weich auf scharf stellen kannst und dann auf super scharf. Und dann kommt einfach eine Lache im Hintergrund. Ja, das lässt sich bestimmt einrechnen. Einfach so was, weißt du, und das hat's. Die Ecke ist auf jeden Fall auf scharf gestellt. Von daher. Wollt eigentlich passen. Wolltest du nach dem Kalken nochmal Feuer düngen? Auch nicht, oder? Nö, nö. Wenn ein Dünger in der Sehmaschine drin ist, der bringt er die automatische Menge aus. Du könntest es halt so machen, man könnte Güllefeuer machen, das spart nämlich unwahrscheinlich viel Mineraldünger. Ist das nur die so? Dann brauchen wir nicht so viel Menge rausbringen vom Dünger, ne? Das ist richtig, weil du hast halt die Vordüngerstufe schon und hier auf der Karte kann man ja zum Glück an der BGA Gärreste kaufen. Für den Spalenthaler. Hätte ich nicht gewusst, muss ich sagen. Nee. Da könnte man, wie gesagt, theoretischerweise Gärreste oder Güllefeuer ausbringen. Und das spart, wie gesagt, unwahrscheinlich viel Mineraldünger. Da gehen die Kosten halt so runter dann. Haben wir denn eine Güllefass? Noch nicht. Wenn du fleißiger arbeiten würdest, dann könnten wir uns das sofort kaufen. Ich lege da mir, ich weiß schon, was du mir sagen willst. Einer muss Schuld haben. Ich habe jetzt, wann war das gestern, glaube ich, habe ich so einen Güllefass gesehen mit, ich habe gedacht, das ist verboten, dieses Schleudern bei Gülle. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich aussieht, aber bei uns ist, glaube ich, diese offene Gülleverteilung, glaube ich, verboten. Also wenn du jetzt bei Güllefässer guckst, das erste von uns, das Garant, Kotte Garant, VE 800, das hat hinten diesen Schleuderaufsatz drauf. Ja. Genau das habe ich gesehen, halt ein bisschen größer. Und das hat, ich habe gedacht, das ist verboten bei uns, aber irgendwie, macht sie das. Okay. Warst du denn Gülle? Orange sagt was nicht. Es sah aus wie Gülle. Man kann auch Wasser auf so ein Feld ausbringen, zum Bewässern, aber. Hm, das, ja, es hat nicht gerochen, muss ich sagen. Ich habe nur gedacht, hm, gleich hier, ne, aber gar nichts. Ja, dann hätte ich jetzt sowas gemacht, das es einfach gesagt hat, Bewässerung. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das Wetter so bei euch ist, dagegen. Alter, wir haben Unwetter. Wir haben jetzt die Frage. Nein, Unwetter. Das Gülle, die nicht stinkt, der Reste, keine Ahnung. Ja, die ist nicht ganz so Geruchssinn. Vielleicht hat er dann wunderbar am oben rein geworfen. Du weißt es nicht. TP geben wir aus dem Weg. Ja, wie du ihn jetzt umgefahren hättest, ne? Ich hätte es genau gesehen, Alter. Ich hätte eine Anfrage gegeben, so. Ja, nee, ich hätte es gepetzt. So, meine Damen und Herren, für heute sind wir aber fertig. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wenn ihr auch keine Fischesser seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt es in die Kommentare, damit ich nie so alleine bin. Danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.